Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory in Update 8. Genau, so, ein paar Tage wird er nicht aufgenommen, weil wie gesagt, sonntags kommt ja nie eine Folge, weil ich das einfach nicht schaffe sonntags. Deswegen werden wir jetzt gleich erstmal in den Adventskalender reinschauen. Aber hier wird schon mal schön ein bisschen Kunststoff produziert, das ist schon mal sehr gut. So, dann gehen wir jetzt einmal wieder rüber. Wir nehmen die Kettensäge weg. Und dann düsen wir jetzt einmal wieder rüber. Und werden dann mal schauen, was in dem Adventskalender drin war. Perfekt, so. Dann lasst uns mal gucken. Ein bisschen Platz im Inventor habe ich, das ist schon mal gut. So, wir haben aufgehört bei der 1, bei der 2. Jetzt brauchen wir erstmal die 3. 3, 3, 3, 3. Wo ist die 3? Ich hatte die im letzten Video, ich habe die schon mal gesehen gehabt. Da, guck mal, da ist sie doch. Da ist die 3. Und da haben wir auch unsere rote Kugel. Perfekt. So, dann haben wir hier die 4. Das war mir noch bei der 5. Genau, ne, 4. Das ist heute. Da haben wir hier das Kugelbündel. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen weiter forschen. Äh, fixen wir es. So, wir brauchen noch eben die 20... ...Zuckerstangen und die 30 Teile. Und schalten dann die rot- und blaue Kugel freien. Bäm. So. Okay, jetzt brauchen wir nochmal 50 Zweige. 50 Kugeln. Rot und blau. Genau, und dann kriegen wir den Geschenkebomb. So, dann würde ich sagen, starten wir mit den Zweigen. Zweige. So, wir brauchen 50 Stück. So, jetzt haben wir das jetzt erstmal hier rein. Und hier hauen wir jetzt erstmal Energiefragmente rein. Geht ein bisschen schneller. Genau. Rapi, zapi. Geht das. Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Neun, zehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Dann 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 31, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Und die 40, 41, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ja, perfekt. Jetzt haben wir die schon mal. So, jetzt brauchen wir dann hier nochmal kurz einen Schmelzofen. Fangen wir mit den roten Kugeln an. Machen wir mal 50 Stück brauchen wir, ne? Genau, passt auf, da machen wir jetzt mal folgendes. Hauen wir jetzt erstmal hier 50 rein. Hauen wir auch hier ein bisschen Dampf rein. Ja, und dann kann der in der Ruhe schon mal produzieren. Und wir machen hinten einmal weiter mit dem... ...dass wir noch einmal Gummi produzieren. Weil ich sag mal, wir müssen ja auch so im normalen Spiel bisschen vorwärts kommen, ne? Und solange ich den Geschenkebaum nicht habe, bringt mir das Ganze eh nix. Aber den werden wir dann heute mal freischalten noch. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. das sieht doch schon mal ganz gut aus jetzt hier jetzt haben wir hier 123 elemente dann lassen wir zwei elemente frei ich hätte ein bisschen beton mit ihm so nicht voll vorst aber wieder 1 2 2 der bleibt dann er geht dahin er geht hierhin er geht da er geht einmal hier rüber er geht einmal hier rüber hier stellen wir einmal ein gummi der hat dann 20 schwer rückstand und er hat 10 das macht dann insgesamt 30 okay was darf dann machen wir jetzt folgendes in der mitte ist dick und er hin so ach warte stopp 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 muss er da ein tschuldigung so der wandert dahin er wandert einmal hier rüber das wandert darunter sondern haben wir den auf der höhe genau so dann machen wir den hier dahin den noch da den noch da er geht dahin er geht dahin der geht dahin er geht hier hin er geht hier hin er geht hier hin dann kommt der item dispenser direkt davor hier kommt dann industrielle lager container so dann kommt da ein intelligenter splitter rein so dann kommt der so dann kommt der so dann kommt der so dann kommt der gummi gummi überschuss genau so dann kommt der und der muss noch hier hin er muss noch da hin das läuft auf jeden fall schon mal so jetzt brauchen wir noch hier deckel oben drauf und jetzt geht der flüssigkeit speicher da rein dann machen wir jetzt hier eine wand durchführung rein jetzt haben wir keine eisenstangen mehr gut das macht aber erstmal nix dann blitzen wir die noch mal eben holen dann können wir nämlich danach im schnell einmal auf die blauen kugeln umstellen genau dann nämlich da die blauen kugeln haben und geht das ganze ein bisschen schneller deswegen ist das jetzt nicht dramatisch aber dann können die hier halt schon mal produzieren das ist schon mal gewährt und dann müssen wir gucken ob bei der nächsten folge vielleicht eine produktion aufbauen für rückstand muss man dann mal gucken wie sich irgendwie eins zu eins aber dann müssen wir erst mal eine umfüllanlage die haben wir glaube ich noch gar nicht ne müssen wir natürlich erst mal freischalten müssen gleich am hat mal kurz gucken da kommt man damit schon mal die erste stufe fertig na jetzt hängen schon die ersten sogar stanken war sie einmal drin das schon mal ein traum oder haben wir jetzt hier 50 perfekt dann stellen wir einmal um man das ganze noch mal auf 50 wobei wir da 25 nur brauchen aber ist ja auch egal da wollte ich gucken am hub und zwar gasmaske nein alternativer flüssigkeitstransport ja gut dafür bräuchten wir 3000 draht ja das muss man als erstes tatsächlich freischalten genau 25 schwere modulare rahmen 20 25 also wir brauchen 2500 schrauben das heißt wir brauchen erst mal ein bisschen platz im inventar genau packen wir den ganzen weihnachtsscheiß erstmal hier raus einmal eben kurz genau dann fangen wir erstmal damit an dass wir einmal stahlrohr holen und zu früh abgeschwungen genau die und 2500 schrauben die haben wir auch das nicht das problem die modellaren rahmen haben wir auch dann können wir dann eben die 25 schwere modellaren rahmen basteln muss ich noch motoren mitnehmen wo sind jetzt hier meine motoren auch diese viecher jene da jetzt haben wir 100 100 brauchen wir dann nämlich nochmal 50 extra mit und nämlich nochmal 50 extra das wird auch später so eine produktion seit ich verfluchen werde wahrscheinlich schwere modellare intelligente beschichtung roten da müssen die ja da sein glaube ich ne nein das ist die verstärkte eisenplatte scheiße gott wo habe ich die denn so jetzt brauchen wir noch 2500 schrauben 246 fast weiter und 2500 heute da sogar schon 90 gemacht wahnsinn so passt auch da machen wir jetzt erstmal die 25 stück so so okay so gut dann können wir jetzt schon mal das schon mal reinpacken das schon mal reinpacken das schon mal reinpacken dann brauchen wir noch eben 3000 draht 1000 2000 2000 den kunststoff dann habe ich ja auch schon das ist ja nicht das problem genau jetzt wollen wir nur noch den kunststoff gut passt auch dann nehmen wir jetzt hier aber noch mal die 100 kugeln raus die 50 kugeln die hier und schalten dann jetzt den geschenke bomb frei hier brauchen wir jetzt noch mal 50 stangen und 50 schleifen ach so und bräuchte geschenk aber noch ich brauche man in der 50 dann muss ich noch genau gut wir müssen einmal wieder rüber war schon mal 23 minuten und wo rennt die zeit immerhin ich denke mir mal so voll easy going da schon viel voll viel geschafft und irgendwie kommst du gefühlt überhaupt nicht in die pushen hier 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 Das war's für heute. Aber dann können wir nämlich jetzt gleich schon mal eben das Gummi quasi auch produzieren. Das ist dann einmal wie gesagt das Gummi so fürs Endlager, also fürs normale Lager. Quasi so für den Anführungszeichen Handgebrauch. Ich hab Eisenstangen vergessen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Jetzt hab ich auch ein paar Eisenstangen geholt. Dann können wir nämlich jetzt gleich auch die Dingels in Betrieb nehmen hier. Die Gummi Produktion. Genau, so, so, so. Dann brauchen wir jetzt erstmal einmal den hier. Der muss ein bisschen weg, das sieht scheiße aus sonst. Jetzt dann erstmal, nein, das muss später sowieso nochmal alles ein bisschen schön kommen. Es geht ja erstmal nur darum, dass hier ein bisschen was produziert wird. Der Rest ist ja erstmal völlig nebensächlich. Genau, es geht erstmal nur rein. Um die eigentliche Produktion. Genau, so, und da ist das. So, jetzt müssen wir nur noch einmal hier oben die ganze Schoße verbinden. So, da brauchen wir natürlich jetzt hier vorne. Ja, bin ich richtig, alles gut. Eine Mann-Durchführung. Okay, da kommt auf jeden Fall auch schon mal Öl an. Das ist schon mal ganz gut. Dann was wir dann ganz kurz schon mal machen könnten. Dann müsste ich mal ganz kurz einmal eben hier rein. Und müsste mal eben kurz, äh, das einmal eben kurz einmal ausschneiden. So, bin gleich wieder da. So, da bin ich jetzt wieder. So, und jetzt geht es ja nochmal darum, das Ganze hier fürs Öl klar zu machen. So, ich fange jetzt glaube ich mal hier unten ein paar mal an. So, ich nehme jetzt einmal den hier. Den hier. Zack, das ist nämlich jetzt die Farbe quasi fürs Rohöl. Und dann können wir das nämlich hier alles einmal schön einfärben. Damit wir wissen, dass das auch Rohöl ist. Sonst kommen wir, ich kenne mich, ich komme sonst immer voll durcheinander. Deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Dasselbe müssen wir natürlich auch gleich noch für den Schwerölrückstand machen. Logischerweise. So, das machen wir dann gleich. Genau, das, das, das. Mal hier vorne müssen wir noch. Das müssen wir noch. Dann machen wir das hier noch. Das noch, das noch. Das, das, das. Das haben wir schon. Perfekt. Gut, jetzt müssen wir nur noch einmal eben kurz nach oben. Wir müssen dann oben nochmal kurz ein Dingens dranhängen. Ach ne, brauche ich ja gar nicht. Der produziert ja schon, ne? Ah, perfekt. Genau, der produziert ja schon. So, jetzt machen wir dasselbe. Ganz kurz. Zack. Äh, jetzt springe ich einmal ganz kurz in Gimp rein. So, nehmen wir das hier für Öl. Also für den Schwerölrückstand. Das ist jetzt nicht so ganz meine Farbe, aber es ist, äh, sag ich mal, um es auseinanderzuhalten, ist schon deutlich besser. Ne? Das ist schon mal ganz klar. Guck mal, hier, der ist auch schon voll hier. Das heißt, er wird schon bald nicht mehr produzieren. Ähm. Jetzt haben wir aber erst mal 200 Kunststoffe, das ist erstmal nicht dramatisch. Ähm. Ja, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, wir werden uns dann damit beschäftigen, dass wir dann wirklich die, äh, Dingens Produktion aufbauen. Die, ähm, einfache Treibstoffproduktion, wo wir dann aber auch später das Ganze so aufbauen müssen, dass wir das alles direkt auch wieder schreddern können, ne? Aber dafür müssen wir gleich erstmal das Ganze in eine vernünftige Halle packen. Und dafür brauchen wir natürlich erstmal ein bisschen Beton. So, passt auf, dann machen wir jetzt einmal das hier fertig, 200. Und Tschüss, so, jetzt will ich einmal ganz kurz gucken, jetzt haben wir die Umfüllanlage. Ist klar, boah, ich natürlich. Äh. Sag mal, äh. Leerer Kanister. Verpackt das Wasser. Ja, wir brauchen ja erstmal generell leeren Kanister, ne? Das ist ja erstmal ganz klar. So, und der wird einfach aus Kunststoff hergestellt. Da müsste man natürlich wissen, wie viel verpackt er quasi. Genau, das heißt, wenn wir jetzt mal gucken, verpackter Treibstoff. So, standardmäßig ist 40 pro Minute. Ich mach 30. Das Ganze wird gedrosselt. Das heißt, wir brauchen 30 leere Kanister. Und das heißt, wir drosseln die auf 50 Prozent. Und das heißt, dann brauchen wir 20 Kunststoff pro Minute. Und dann wiederum ist da das Problem, dann müssen wir den Kunststoff, müssen wir eine neue Produktion aufbauen. Fandu, brauchen wir wieder 10 Treibstoff mehr. Das heißt, wir können 1 zu 1 Verpackungsfotos. Ja. Irgendwie wird das schon funktionieren. Okay, passt auf. Vorher in der Sonne. Ich schnappe mir jetzt erstmal Ah, guck mal, ein Traum. Beton. Und dann werden wir in der nächsten Folge das Ganze drüben erstmal ein bisschen zurechtbauen. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir das irgendwie gemanaged kriegen. So, jetzt lass uns mal ganz kurz gucken, ob wir hier die 50 Schleifen schon haben. 17 haben wir. Haben wir anscheinend nicht genug Geschenke dafür. Aber egal, komm, möchtest du was dann machen? Aber es ist folgendermaßen, dann ballert die Geschenke jetzt einfach alle da rein. Wir sammeln sowieso noch neue Geschenke, also von daher. Baller rein und gut ist. Weißt ja. Und wir würde sagen, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.